so servus miteinander willkommen zurück frisch am start mit dem eisenbau nadeo mit der nadonia im trio hier drüben das hans zu dead island wie hast du das eigentlich die remaster version ist eine gute frage wir machen einfach da weiter wo man liebens an genau ziemlich mirt und sie mich fertig und kaputche vom spiel vor allem mit der heim weltreise die wir letztes mal gemacht haben wäre das alles so dass wir auf meinen kanal sieht es geht mal jetzt oben rechts in die auf dort habe ich meine playlist ganz oben hinzugefügt mit allen dead island videos die hier auf meinem kanal hochgeladen habe würde ich euch empfehlen da reinzuschauen ja dann würde ich sagen machen wir weiter ganz genau wer nimmt es den zuverlässigen ich rede mit ihnen ach so ja 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 du bist wieder getränke ok ich würde sagen mach mal ich meine wir müssen das so machen wunderbar ok da muss man zur tankstelle hat doch hier getränke guck mal energy drink der wege selbst oder so haben wir genau was haben will also bei der lage da muss man jetzt nicht wählerisch werden gerne hervor wir so klar und die autos sind weg wir müssen auf eine warten ja das dauert wieder auf dem pick up auf dem pick up und brauchen man braucht man so ein bisschen ja mit den schuhen das geht ich habe keine anderen schuhe dabei und flip-flops will ich nicht tragen wir sind nee wir sind alle kaputt wenn man nix anfangen fans das ist schlimm das ist wir sind anscheinend beliebt ich muss ja was sehen ich muss dass sie durch ihn fahr da müssen wir die alle zum hauen ja geht es ja auch was ist das für eine ich glaube ich bin wieder hinter mir ein stück die sand voll agro die sand volle agro ich rufe ich muss ein fleischermesser aus den kopf verloren das tut mir aber leid ja mir genauso schon mal alle volles massaker das kettensägen massaker ich weiß nicht dass ich das video nenne wo du mich angesägt hast ach die guten alten zeiten irgendwo lafte nur noch irgendwo ich bin ja kein verstecken komm raus da ist er da ist er schock so wir müssen weiter zur anderen tankstelle echt jetzt wieder nehmen wir ein zweites auto oder fahren wir mit einem auto und er wenden und er kommt dann so bitte wenden die muss ich erst mal dings missions ziel wenn man gar nicht sagt wir müssen schon durch den tunnel da durch tanke dahinter also es ist schon gefährlich hier unter dem tunnel stehen ja dann weiß ich schon weg ungefähr ungefähr wissen wir schon woher hin müssen soo hey der bläht doch nicht schau mal schau mal der bläht doch nicht geh mal her die bläht doch nicht die bläht tüfe schau mal die 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 lori die lori genau ich ja ja sie sind mit der ich habe ich verzweifelt aus ja 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 ok wer sitzt im auto wen denn unfall hole laurys ehemann aus na achi legt mich du am arsch für dich na geh bist du verheiratet ja ist mir wurscht nö er gehts wird ins studio mach selber na wenn du die verheiratet ist dann voll wieder pfitti 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 Die sind kaputt. Der bei deinem Auto. Ja. Gleich anscheißen. Ist eh keiner da. Ist eh keiner da. Ist eh wurscht. So. Fangen wir weiter. Hallo. Mal gucken wie er hier so fährt. Ja. Warte ab. Ui. Boah. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Erst mal umfahren. Fahrt jetzt mal um. Da die Grattler da. Da. So. Nein. Das ist schein kaputt. Das man nicht aus dem Auto schießen kann. Kann man das sagen? So. Oh. Au. Ja. Du Grattler du. Ja. Ich überfange mich doch nicht. Sorry. Sorry. Guck mal rein. So. Zweite Tankstelle ist das. Was ist das für eine. So. Die Shell oder. Oida packt der Typ euch auch so in der Luft. Oida. Der Strom geht er weg du. Das habe ich auch festgestellt. Strom macht Aua. Das warst schon oder? Strom macht Bssst. Ach was. Strom macht klein, runzlig, braun und hässlich. Wo kriegt der Strom aus? Also wie du. Hey danke. Ähm. Wir gehen jetzt. Wir gehen. Wir müssen da irgendwo rein und den Strom abschalten. Ist doch klar oder? Hä? Ja also. Ihr macht das schon. Ich habe doch hier kurz die Lager. Oh du weißt was geil ist. Haben wir ein paar Zombies. Lock die mal her. Lock die Zombies mal her. Das macht so einen Spaß. Ach so. Die durch das Strom Ding da laufen lassen. Wo ist Strom? Ah. 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 Was ist das denn? Ach so. 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 Was sie auch für Geräusche machen? Ja eben. Ach so, es wird schitzelt. Das ist geil. Ach so. Ah. Ach so. Au! Ah komm, 3 gegen 1 ist unfair, liebe Zombies. Du bist ein Kerl. Ja, wenn du vor allem weg willst, dann... Ich will dir auch nicht, ey. Der ist so. Ich muss ja erstmal knürtig Waffen aushoffen da. Und ich häng erstmal Busch fest. Ich hack dir gleich die Arme ab, wenn du hier nochmal mich schlägst. Ich hack dir die Arme gleich ab, Marmelet. Hack die Arme ab. Hack die Arme ab. Hack die Arme ab. Ey, das kann dir wirklich ein bisschen... Das hat so wirklich ein bisschen Walking Dead Style. Also die Atmosphäre ein bisschen, so ein bisschen gerade. Also gut, es ist kein Easy oder so und so viele Fragen und so. Man jetzt auch nicht, aber so generell... Das ist schon Dead Island. Ne, Dead Island sage ich. Walking Dead Flair. Oh, jetzt kommt der Mutant, oder? Obwohl ich Dead Island äh... Sehr atmosphärischer finde. Ja. Kannst du mal die Tür da aufmachen? Können wir dir auch helfen? Ey, schau doch mal, da ist ein Mutant auf dem Dach. Ja. Oh, hi. Ja, liebe Mutanten und Mutanten. So. Ja, komm, was ist denn mit dir? Ah, dann halt nicht. Ja, da kommt wieder einer. Guck mal. Hihihi. Wie, wie, wie seid ihr denn da eigentlich? Ich bin ja gar nicht... Oder? Ist ja offen jetzt. Ah, ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Was brauchen wir da jetzt? Aber ist da irgendwas umgelegt? Ja, jetzt ist es so offen. Ja, jetzt ist es so offen. Ist das vielleicht für das andere da mit dem Benzin da, oder was ist das? Ja, das brauchen wir nicht. Kannst du schon sagen. Kannst du mal wieder zurückgehen? Wir müssen den Strom ausschalten, das wisstest du schon, oder? Ja, ich weiß ja nicht wo. Schau mal, da geht's Kabel rüber da. Hä? Leute, halt doch mal der Mund! Steht langsam. Ja, die nervt. Und leise. Was hat die für Probleme? Ah, ja-oha-oha-oha-oha-oha-oha-oha-oha-oha. Äh, wir müssen irgendwie nein... Das nervt. Nerv, nerv, nerv. Ich liebe Isn't a Napalm in der Morgen. Ah. müssen wir vielleicht aufs dach rauf kann das sein ja ja müssen wir ja stimmt ich bin also blöd ich bin also blöd denken dass er die leiter heute ein furzen jetzt mein gott jetzt haben wir blöd zu mir blöd und der nächste auf beobacht hinter dir wo du wach hinter dir wie der sich anhört ja 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 bitte klammerfleisch am besten kommt der nächste achten zu denen jetzt was umgelegt das müssen du was finden glaube ich damals umgelegt genau müssen da die getränke damit nehmen ja dazu müssen wir erst mit strom ausschalten da hinten war scheiter da hinten habe ich glaube ich umgelegt es ist jetzt aus ja fast musste irgendwo nur noch sein irgendwo ja auch was auf wieder wahnsinnig mit dem kräuter guschen bis in kopf ab und der ruhig ist so hey ab dem müll container container raus jetzt ohne spaß gott sei dank aber das ist ein schock dann abschleppdienst wo sollen werde ich da mitten im kontakt darüber bestimmt ob da einer drin im laden das ist ja und dann ja wir haben bisher zwei schalter ich weiß nicht wo da ein anderer noch sein soll blöde idee das haben wir letztens auch macht ja schon kannst du dir mal daran erinnern oder was hast du denn da gemacht letztens keine ahnung jetzt müssen wir ernsthaft da jetzt kommen warte mal ich habe glaube ich eine idee du rennst gleich da durch den strom durch hoch das ist mir wurscht ne warte ne ich lass mich brutzeln ich sehe ich aus ich habe glaube ich den schalter gefunden ja ich habe ja ich habe den jetzt wir sollten hätten nur die kabel folgen müssen bestimmt was soll hier oben jetzt genau sein du musst ja ich so ich werde hier angegriffen weiß ich gewalt kommen da ist nun da irgendwie musst du da genau die stelle treffen darunter zu kommen was ist das denn ich bin zu fett ich brauche den weg komm nicht runter bist du drin klau auf in der luft ach so ja ohne spaß das hätte ich auch nicht gesehen auch jemand eine frucht aber ein energy drink ein flavored kaffee drink bleibt da wieder ein ausweis oder irgendwas kann man immer hier die tür aufmacher so was machst du dann machst du halt ich ja aber ein saft macht ihr auf hallo machst du bitte schön die t auf danke was sind da jetzt mal ein saft denn ach da war das alles oder was na ich bin das war es dann oder ich bin so ach war das jetzt alles oder was ja wisst ihr was wisst ihr was ich muss leider jetzt einen kleinen aufnahme break machen einen kleinen aufnahme break ja bei mir gibt es jetzt einen kleinen schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder zurück ja oder bei mir genauso so willkommen zurück ja doppel doppelte gedanken oder gleiche gedanken wie auch immer wir müssen uns mal einigen hier wer wer das wort ergreift bei der begrüßung bei der anmoderation abmoderation ja das ist ein bisschen schwierig wenn beide aufnehmen ja wir fahren jetzt das auto da das kaputte auto also ich bin da hinter dir ja ich würde auch gerne fahren ich habe auch schon ein auto ja ok stehen wir ab morgen da ja wunderbar in welche richtung muss man eigentlich fahren siehst du keine punkte egal ne dann follow me wo bin ich denn jetzt fahrts ja schon ja weil du nicht kommst ja was machst du denn ich rolle rückwärts fahr doch zu mensch fahr zu ja wir müssen auf nach dir warten achso da seid ihr in die richtung seid zack von oh da ist das buggy hier oh eh da bin da wunderbar mein Gott mein boah bist du ich bin ja das habe ich so ein unverbaut mein fahr zu steht da wieder im weg rum mein Gott ja ich bin da ja nicht zurücklassen fahr jetzt macht er wieder die zombies hier boah ich fahr gar nicht so schlecht du hihihi 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 Du fährst du hier eigentlich? Hat mich verfahren. Danke, dass du meinen Platz machst. Bitte, immer wieder gerne. Wie ein Rennauto. Boah, wer parkt denn da mitten auf der Straße immer? Wo seid ihr denn hier abgebogen? Durch den Tunnel. Wo ist denn das? Ja, nee. Wo ist denn der Tunnel? Ich weiß ja gar nicht, wo der Tunnel ist. Dann geht doch in die Mission mit rein, dass du die Punkte siehst. Bin die da? Oder nicht? Doch. Ich habe keine Punkte. Ich glaube, ihr habt das Rennauto sowas von vorne. Hm? Ich glaube, ihr habt das Rennauto sowas von vorne. Ja, dann drück M und guck mal nach. Ihr seid ja welche. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wie denn? Oh, uah. So, jetzt wieder rückwärts einparken hier. Ja, ach so, hier. Du, versuch mal da rückwärts deine Garage einzuparken. Komm, probieren wir das. Probieren wir. Das probieren wir. Obacht, erst einmal. I, Obacht, habe ich gesagt. Obacht. Erst einmal der Älteste, gell? Weil der sieht nicht mehr so gut und der konnte nicht mehr so. Ich kaufe dir mal eine Brille. Aber warum fährst du dann ein Auto, wenn du nicht mehr gut siehst? Ja, mal, ich habe es doch gesehen. Irgendwie müssen wir ja Getränke holen und essen und was weiß ich. Jetzt, ja jetzt. Jetzt, kurz reinfahren. Jetzt, jetzt, das Platz. Ja, okay. Ja, 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 ja. Hoffentlich passt das. Nein, das passt nicht. Das wird schon gehen. Nein, bin irgendwo da gegenfahren. Irgendwo. Klimts. Oula, was ist denn hier? Jetzt, jetzt, perfekt. Perfekt. Die Code ist. Ah. Zickst dis. Zick, das, wo ist das nochmal Tee? Ah, perfekt. Perfekt. Kriegst du dis? Da krieg ich ja einen Nackenkram. 4 mit dem ständigen Rück nach hinten gucken. Kein Neuerstück, kannst du nur rückwärts, rückwärts. Bisschen nach links rein lenken. Ja, passt rückwärts. Neuerstück. 2 Meter, 30 Zentimeter, 10, 10. Halt, halt, halt. Halt. Mein Gott, lass mal Auto verschoben. Egal. Wo ist das jetzt hin? Dfix. Geh mal rein. Das muss ich echt außen rum gehen, mein Gott. Wieso kann ich denn nimmer lenken? Hallo? Müssen wir uns erst auf der Hochreise? Nein, müssen wir nicht. Ein Auto steht im Weg. Was? Ein Auto steht im Weg. Wie? Fahr mal ein Auto ein bisschen weiter vor. Von mir wird ein ganz anderer Weg, uns sagt. Ach, das ist... Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Sag einmal. Hoch, runter. Woah... Unten. Ja, da. Unten. Aber ich bin doch nicht so perfekt parkt. Jetzt. Ich schau. jetzt müssen wir hoch mit dem reden und schwarzen jetzt macht die scheiß tier zu ich komme da nicht durch kommen her schau dir den scheiß aber nur durch würde scheiß kruzifix mein gott mein gott zwar im weg na was geht wunderbar dann haben wir diese mission auch geschafft nehmen wir das cash dann würde ich sagen die nächste mission war es das aber auch schon für die folge warum bei mir ist es eine ich schneide nicht die unterbrechung einfach hinten ran ja bei mir geht es weiter weil ich habe ja keine 20 minuten jetzt glaube du hast die pause gemacht diese pause dass ich habe eine unterbrechung das was wir jetzt hier aufnehmen werde ich hinter der unterbrechung einfach an und schieben egal bei mir geht es weiter okay dann auf meinen kanal falls auch die vorgefallen hat könnt ihr gerne ein like und abo da lassen das würde mich richtig freuen dann sehen wir uns beim nächsten mal wenn es heißt let's play dead island bis dahin ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020